Geht es euch gut? Ja, ich habe schon einen besseren Tag gesehen. Natürlich geht es euch gut. Um euch in die Knie zu zwingen, braucht es mehr als ein paar Steinchen. Kommt mit! Das Buch müsste hier sein. Ja gut, dann suchen wir mal, ne? Hier ist er. Der letzte Unterschlupf des Glutordens. Seid ihr bereit, die Vergangenheit zum Leben zu erwecken? Oh, das klingt irgendwie jetzt auch nicht gerade berauschend. Die Vergangenheit zum Leben erwecken? Wer hätte gedacht, dass die Geschichte einiger der größten Krieger des Hauses Kronstreck in dieser muffigen Kammer ihren Anfang nahm? Seid ihr bereit, in ihre Fußstapfen zu treten? Diejenigen, die diese Waffe erst einst gegen die Drust erhoben waren und den Namen Glutorden vereint. Sie nutzten die neu entdeckten Methoden und Instrumente der Gelehrten und Konterten die Magie der Drust. So gewannen wir den Krieg. Wenn der Zirkel die Magie der Drust gegen uns einsetzen will, dann nutzen wir die Waffe des Ordens. Das Wissen des Ordens ruht hier. Ohne eine starke Hand es zu führen, ist es jedoch nutzlos. Wollt ihr diese starke Hand sein und die Waffen aufnehmen, Schurken? Werdet ihr den Glutorden wieder auferstehen lassen? Was ist das denn? Innerhalb von Drust war erhöht das Töten und Enttarnung Elementar und Tempo für eine Minute. Mh, geil! Ja, Tempo ist gut. Tempo ist gut. Zwar ist das nur in Drust war tätig, aber immerhin trotzdem schön. Muss ich irgendwie so in Eid schwören? Jawohl, dann wollen wir mal in unseren Eid schwören. Okay, das war's. Was sagt ihr? Ja, weiß meine Familie, Grossiere Schocke, die erbarmsten Kronsteigs waren, einst Inquisitoren des Ordens. Wenn jemand würdig ist, dieses Erbe anzutreten, dann seid gewiss ihr es. So, der Glutorden. Wir müssen weiter nach Arums Wehr. Es wird eine Weile brauchen, das Wissen des Fulian zu analysieren und weitere Inquisitoren im Dienst unserer Sache auszubilden. Wenn die Waffen des Ordens im Kampf gegen den Zirkel so effektiv sind wie gegen die Drust, könnte es uns gelingen, meine Familie zu retten und das Land zu formaliger Blüte zu führen. Ich werde mich zu Fuß auf dem Weg dorthin machen. Auf ein beidiges Wiedersehen, Schurke. Möge der Wind eure Segel füllen. So erhebt sich der Glutorden von Neuem. Nun gut, dann hätten wir jetzt ein paar Hexen zu töten. Wir sind hier fertig. Ich warte bei Arums Wehr auf euch. Oh, das ist aber ein Stückchen entfernt. Okay, wir müssen aus der ganzen Höhle nochmal zurück. Okay, ich dachte, es gibt hier vielleicht so einen Notausgang, aber scheinbar gibt es den nicht. Das haben, tja, alle Leute, sie haben zwar so einen geheimen Untergrund mit einem geheimen Wissen eingebaut, aber so einen Notfallausgang für den Fall, dass hier vielleicht irgendwas einstürzen sollte, so schlau waren sie leider nicht mehr. Dafür hat leider das Wissen nicht mehr gereicht. Ja, das sind ja mal sehr tolle Menschen in Ordnung. Kein Wunder, dass die meisten Leute hier gestorben sind. Also wer so schlau ist, der ist auf jeden Fall durchaus würdig, diesen Orden zu führen. Ähm, wir haben ja mal jetzt fast ja schon mal die vierte abgeschlossen. Ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal zu den Kollegen Arthur, zu unsererseits, und geben nochmal die Quest ab und schauen mal an, was er noch für uns zu tun hat. Ich hoffe, wir kriegen da jetzt nicht mehr allzu viele neue Quests aufgedrückt. Ich würde jetzt eigentlich gerne so, ja, wenn es geht, so in einen Marsch durchfahren und dann alles hier hinter mich bringen. Aber wie ich die Welt von VOV so kenne, wird das uns nicht so einfach gehen. Oh, oh, alter Sarkophag, was kann dabei schief gehen? So, machen wir mal das Ding hier auf. Was haben wir hier so schönes? Gold! Oh, rachtsüchtige Untote. Gerade zwei von denen. Wir haben ja mal darüber gesprochen. Zwei sind für mich ein bisschen schon zu viel des Guten. Also da sieht man das schon. Die hauen mir einfach die Fresse weg. Und wenn jetzt gleich, also solange es jetzt nicht so ein Survival-Kampf ist wie gerade eben, da, was wir da mal hatten bei einer der Kisten, ist alles gut. Wenn das nur die zwei wegpustend ist, dann ist das easy. Dann kriegen wir das noch locker hin. So, ah, da haben wir schon das Tempo. Tempo plus zwei. Ich meine, das ist gut für uns. Dann ist die Taktrate unserer Gifte deutlich schneller. Oh, ja, ja, genau. Das hatte ich, davor hatte ich Schiss gehabt. Fuck. Oh, nein, 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 nein. Nein, das kann noch sehr, sehr ungünstig für uns werden. Ich meine, noch halten wir uns ziemlich gut und ich muss, glaube ich, ein Trin schon mal einsetzen. Und mir ein bisschen Leben wieder anbauen. Aber das ist jedenfalls Kacke. Das ist ja fast schlimmer als ein Rabob. Da kämpfe ich ja lieber gegen einen Rabob als gegen drei Einzelgegner. Ich hoffe mal, das reicht jetzt auch langsam mal. Und das hier, und hoffentlich kommt er jetzt nicht noch mehr. Sonst haben wir... Oh, nein. Nein. Euer Ernst? Warte, da müssen wir einen erstmal hier mit Blenden raushauen. Das wird mir sonst ein bisschen zu viel. Wir haben schon fast alles wieder benutzt, was wir haben. Alter, die sind... Die wollen mich doch verarschen, ey. Und dann noch mit der beschissenen Skalierung. Oh, also wenn man nicht gerade sich selber heilen kann oder gut Schaden drückt, dann hat man hier wirklich große Probleme am Stecken. So, weg mit ihm. Und jetzt noch eben schnell den hier wegholen, wenn wir schon mal dabei sind. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert hier, einen nach dem anderen auszuschalten. Oh, nervig, nervig. Ich hoffe, die patchen das so schnell wie möglich. Ich meine, für mich wäre das scheißegal, aber ich hoffe mal für euch Leute, die gerade, die vielleicht twinken oder noch am Leveln sind und das ähnlich so wie ich, ein bisschen langsam angehen lassen, dass ihr auch mal die Möglichkeit habt, hier vernünftig zu questen und nicht gleich direkt von drei Mobs umgehauen zu werden. Kann ich also gut durchaus nachvollziehen, warum einige Schurken sagen, dass es ab einem gewissen Level ziemlich schwierig für uns wird. Hey, Arioche, hier drüben. Schön, dass ihr es geschafft habt, Arioche. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Dann bringe ich euch hoch zu Ulfa. Gut, bring mich mal hoch. Was immer das hoch bedeutet. Ey, geil! Ich kann auf ihn aufsatteln. Nice! Ist ja sehr schön. Ulfa kann ein strenger Lehrer sein, aber er ist immer gerecht. Das Gute ist, die Kul-Tirana, er und die anderen haben mich immer unterstützt, seitdem ich in jungen Jahren den Ruf vernahm. Also das sind so die Druiden-Gestalten, mit denen wir so arbeiten können, wenn wir später Kul-Tirana dann spielen. Meine Eltern wollen, was? Meine Eltern wollen, dass ich zur See fahre. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Ich habe hier meine Wurzeln. Versteht ihr? Na gut, er war nicht so irregeistreich, aber wir sind jetzt da. Sonderlieferung für euch. Ja, geil, der erinnert mich so ein bisschen echt an mich. Ja, aber das sind so die ganzen Formen, mit denen, wenn man dann später in Kul-Tirana-Druiden spielt und in die Druiden-Form wechselt, das sind so die Formen, die man dann so serviert bekommt. Die sehen ziemlich geil aus. Sehr, sehr so eine Mischung aus Holz. Also sehr holzig. Holzi, holzi, holz. Aber, schön, was ist das denn? Ah, Geheimniswitterin des Weides. Mhm. Ihr habt den anderen auch schon mal getroffen. Seid ihr ein Druide? Ah, ich wusste es doch. So. Was habt ihr denn da, Festländer? Ah, verstehe. Meine Schüler haben es mit Stärke und Bedrohungen zu tun bekommen. Jetzt erwartet. Danke, dass ihr ihnen geholfen habt. Erhalte das gleiche, Geheimniswitterin. Immerhin, immerhin, keine Folgequests. Nur abgeben, gleich direkt Azerid-Fragmente einsammeln und dann wieder zurück. Schön. Schön. Könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn man dann später in Kul-Tirana hochlevelt. Also das Geile ist ja wenigstens, das ist wenigstens ansatzweise eine Sache, mit der man sich arrangieren kann. Viele wollten ja, dass die, dass jedes verbündete Volk sein eigenes Startgebiet hat. Sprich, du stellst dir dann beispielsweise einen Kul-Tirana, fängst von Level 1 an und dann levelst du dich so in diesen kleinen Gebieten oder in den kleinen Anfangsgebiet, was dann Blizzard extra für die verbündeten Völker gebaut haben, dann bis Level 20 oder was auch immer. Um dann in die weite, weite Welt hinaus zu gehen. Aber das haben sie ja leider nicht gemacht. Das heißt, wenn man zum Beispiel, wie ich, einen leeren Elferstädter hat, startet man direkt ab 20. Also schon so aus dem Startgebiet heraus. Und ich denke mal, das könnte durchaus bei den Kul-Tiranern durchaus das Startgebiet sein, dass wir dann dort oben anfangen, wenn wir in Druiden spielen. Wobei eigentlich, ah nein, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wenn man eine andere Klasse spielt, wo würde man dann starten? Okay, vergiss, was ich gesagt habe, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so das Lager der Druiden ist, wenn man Kul-Tirana-Druide ist. So, so rum macht das jetzt dann doch mehr Sinn. Steckbrief. Die Kronenstreikwache bietet eine Belohnung für jeden Jäger, dem es gelingt, die Frostjägerin in der Umgebung des Hochwegpasses aufzuspüren und zu eliminieren. Bei der Verfolgung ist größte Vorsicht geboten. Sie ist eine wilde Bessie, die schon erfahrene Jäger in den Hinterhalt gelockt hat. Äh, wo ist denn das Viech? Das ist eher die Frage, die ich mir stellen müsste. Weil, äh, was? Ach, man muss sie suchen sogar noch. Ach, da ist sie doch. Perfekt, und sogar alleine. Das müsste, äh, ich wollte gerade sagen, wenn sie Hilfe bekommt, haben wir ein Problem, aber alleine müssten wir sie hinbekommen. Ich meine, das haben wir auch mit den anderen auch noch gerade so gut hinbekommen. Also ich, ich bin mal guter Dinge, dass wir das auch hier schaffen sollten. Gleich direkt die Fiole benutzen. Je öfter wir sie benutzen, umso sicherer sind wir hier. So, das kann man kicken. Ja, das geht, das geht. Das ist im Vergleich zu dem, gegen den wir gekämpft haben, etwas einfacher. So, dann gehen wir mal in den Trin gleich direkt rein. Je öfter wir Fähigkeiten benutzen, umso besser. Also man kann hier durchaus noch das eine oder andere lernen, wenn man hier mit, äh, mit solchen Quests zurechtkommt. Man muss nur einigermaßen wissen, wie man seine Ressourcen am besten einsetzt. So, gleich direkt auch mal trinken. Oh, 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 jetzt, jetzt fängt er an, ein bisschen durchzudrehen. Gut, da gebe ich mal einen Nierenhieb drauf, um mich mal ein bisschen zu regenerieren. Ich meine, ich habe noch meine Mittel und Wege, wie ich ihn hier noch klein bekomme. Sollte es so sein, dass er mich ein bisschen mit dem Damage überflügelt. Aber ich denke mal, ich schaffe es noch mindestens. Oh, fuck. Kacke. Kacke, 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 kacke. Der wird jetzt ein bisschen böse. Okay, ich lasse ihn mal das durchziehen und heile mich jetzt mal ein bisschen auf. Fuck, alter Schwede. Knappe Kämpfe hier. Schusch. Schusch, alter. Boah, scheiße, das wird immer knapper. Und ich habe gedacht, dieser Scheißer wird so einfach zu besiegen sein. Oh, da sind wir auch mal wieder knapp mit unserem Leben davongekommen. Ich hätte noch zu Sicherheit Blenden einsetzen können. Und die Minute, wo er da so ein bisschen rumtorkelt, mich noch mit der Fiola aufheilen können. Das hätte ich auch noch als Notfallshalbe machen können. Aber so an sich ohne Blenden oder irgendwelche CCs, die man einfach mal so im Kampf benutzen kann. Oh, sehr risky. Ich meine, wir hätten sowieso wiederbelebt werden können, aber trotzdem sterben will niemand. Deswegen also schön. Aber wir können uns immer noch gegen diese Viecher durchsetzen. Das finde ich eigentlich recht cool, dass wir immer noch stark genug sind, solche Dreier-Quests auch alleine in Angriff zu nehmen. Dafür brauchen wir nicht unbedingt immer Leute, auch wenn das Suchen wahrscheinlich ziemlich einfach ist. Aber ich mag es gerne, eine kleine Challenge zu haben. Und das ist durchaus eine Challenge. So, Flugmeister eben kurz freischalten. Ich würde mal sagen, wir machen hier gleich auch eine Pause. Je nachdem, wo... Es sei denn, warte mal, wir geben erstmal die ganzen Quests ab und schauen mal, wohin das Ganze uns führt. Hier haben wir sogar jemanden, bei dem wir schnell was verkaufen können. Abgemountet, aber es reicht noch ein bisschen, was schnell wegzuschaufeln. Hm, ne, die sind weg. Warte mal, irgendwo hier sind Schmiede. Und vor allen Dingen stehen hier voll viele bei denen. Ach, abgesatte der Gluton! Ja! Zum ersten Mal treffen wir endlich mal auf jemanden, der was für seinen Ruf verkauft. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Oder ich habe zum ersten Mal jemanden hier gesehen. Was hat der denn so Schönes? Hosen, 350. Dafür brauchen wir ehrfürchtig. Okay, das heißt, das kriegt man wahrscheinlich nur durch Welken-Quest. Was kriegt man denn für Wohlwollen schon? Ein Rücken, 320, ist deutlich besser. Und was kriegt man für respektvoll? 335 geht eigentlich auch. Also eigentlich geht das recht fit. Geht eigentlich recht fit. So, es ist also endlich jemanden gelungen, die Frostyngren aufzuspüren. Dann können unsere Händler jetzt endlich weiter nach Tira Garde reisen, ohne diese Bestie fürchten zu müssen. Hier habt ihr eure Belohnung, vielen Dank auch. Und da müssen wir unsere Hauptquests abgeben. Ach, da ist sie ja schon. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt, Dario. Wir müssen sofort beginnen, wenn wir das in diesen Folianten enthaltenen Wissen gegen den Zirkel verwenden wollen. Ihr versteht nicht, Marshal. Das Wissen, das wir entdeckt haben, könnte meinen Vater aus den Händen des Zirkels retten. Ich würde euch so gerne glauben. Aber wir brauchen mehr als verstaubte Legenden, um diese Bedrohung abzuwehren. Ich respektiere zwar die Arbeit, die man beim Schreiben dieses Folianten geleistet hat, aber das Ding liest sich wie eine technische Gebrauchsanleitung für Belagerungsmaschinen. Ich werde eine Weile brauchen, um dieses Werk zu lesen und vielleicht etwas Nützliches darin zu finden und ich könnte etwas Hilfe dabei brauchen, wenn es euch nichts ausmacht. Zunächst wäre etwas mehr Licht hier drin, sehr hilfreich. Um dem Haus Kronstein. Hier steht, der Orden hätte besondere Waffen eingesetzt, um die dunkle Magie der Drust zu kontern. Wenn meine Theorie stimmt, könnte diese Strategie auch gegen den Zirkel funktionieren. Vielleicht gibt es hier etwas, das wir probieren können. Äh, wo ist hier noch das letzte Licht? Ach, da. Nein. Wo braucht sie denn noch Licht? Brauchst du hier oben Licht? Nein, braucht sie nicht. Wo ist hier noch Licht, wo man Licht anmachen kann? Ach, da! Da ist die Kerle. Also, ich verstecke der kleine Gauner. So. Viel besser. Wärt ihr so freundlich mitzuschreiben? Mein Notizbuch muss hier irgendwo sein. Mal sehen. Lieber Esche? Nein, das wächst hier in der Gegend nicht. Alchemistisches Feuer? Wäre Meister Eschtal nur hier. Er wäre völlig aus dem Häuschen. Ja, ich mache mal die Notizen. Du sagst zwar nichts, aber ich notiere mir mal das, was du schon so alles von dir gegeben hast. Ich meine, aber ich meine, ich meine schöne Kreise. Willst du mir ein Nähzeug holen? Es muss irgendwo in meiner Tasche da drüben sein. Der Foyant erwähnt, dass die Inquisitoren einst silberne Waffen benutzt haben, um der Magie der Drost Einhalt zu gebieten. Wenn der Zirkel ähnliche Magie benutzt, könnte Silber ihre Schwäche sein. Silber? Ach komm, ach komm, jetzt euer Ernst. Silber könnte ihre Schwäche sein. Oh, jetzt, jetzt wollt ihr mich verarschen. Jetzt fehlt wirklich nur noch der Hexer Geraldo oder Geralt, eine Anspielung auf den Hexer Geralt und das Ganze wäre komplett. Ich hoffe, ey, weh, es gibt diese Anspielung nicht. Ich mache da eine Petition auf das Blizzard. Mal bitte so eine Anspielung auf The Witcher mal machen soll. Das kann ja nicht sein. Wir sind hier in so einem Hexengebiet und da wird nicht mal einmal eine kleine Anspielung auf The Witcher gemacht. Toh.